Sie haben vor kurzem einen Leasingvertrag für Ihr Traumauto abgeschlossen und verlieren aufgrund einer Reorganisation Ihren Job? Nach einem schweren Skiunfall sind Sie längere Zeit arbeitsunfähig? Sie erhalten nicht mehr Ihren vollen Lohn, wollen aber Ihre neue Wohnung an zentraler Lage nicht aufgeben müssen? Weil Sie unerwartet krank werden und nicht mehr arbeiten können, reicht Ihr Budget fast nicht mehr für die Krankenkassen-Zusatzversicherungen Ihrer Familie? Sie wollen nicht auf Fitness, Handy und weitere Abos verzichten müssen, falls Sie unverschuldet arbeitslos werden? Keine Sorge, sollten auch Sie arbeitsunfähig oder unverschuldet arbeitslos werden und infolgedessen deutliche Lohneinbußen haben, unterstützt Sie die Zahlungsschutzversicherung der AXA mit monatlichen Beiträgen, damit Sie Ihren gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten können. Egal ob Leasing, Miete und Hypothek, Krankenkasse oder übrige Ausgaben. Unsere modularen Versicherungsbausteine sind ganz nach Ihren Bedürfnissen frei wähl- und kombinierbar. Bleiben Sie finanziell unabhängig mit der Zahlungsschutzversicherung der AXA.